ja da liegt einer hat einen mit dem fasser schlagen schön jo leute und weiter geht's bei let's play sticks ich weiß leider nicht wo wir beim letzten mal gewesen sind das ist eine neue aufnahme jetzt anscheinend bei sesam öffne dich ach ja jetzt weiß ich sie da wir sind ja hier vor den käfern geflüchtet dreckskäfer ist jetzt schon einige zeit her dass ich das letzte mal aufgenommen habe um verzeiht mal bitte wenn ich ein bisschen schlecht spiele jetzt aber es wäre nichts neues also zum käfer also die sehen nichts aber die hören sich sogar wenn du dich schleicht halte die hässlich und die können halt auch schießen ich stehe jetzt rüber hüpfen dann haben wir die wenn die mich ja klar da ist nix geht wieder weg hässlich ich ganz langsam schleiche würde mich auch nicht anscheinend aber drüben ist das nichts versteckt der Eingang zum versteckt war doch nicht das versteckt dass ich dachte es ist nur so ein Rennen versteckt er liegt er noch da hat es einen mit dem Fass erschlagen schön ja der wollte wahrscheinlich da oben das Fass nehmen ja ja nicht so schön für ihn hatte den Docks müssen wir ach Gott ich habe hier nichts mehr im Kopf ich werde jetzt runterhüpfen dann bin ich des Todes das ist schon mal klar da kann man nicht raus oder wie ist der da reingekommen er wird da nicht jedes mal doch die Gottverdammte sorry das Fenster schlüpfen oder ja ich hätte doch das Upgrade nehmen sollen dass man leiser ist ich das gewusst hätte dass die Käfer so lästig werden ich habe noch keine Da sind die Typen, die man die ganze Zeit hört. Wie ging das jetzt nochmal? So kann man sich an die Wand drücken, ja. Guck da hin. So, die Frage ist, zieht mich der, wenn ich da jetzt hochgehe? Nee. Gut, 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 gut. Hier kann man, ja, hier kann man oben lang, schön. Boah, alles knapp. Hier kann man oben lang, und dann kann man von hier aus, das kann man gar nichts machen. Warum ist das Ziel jetzt da drüben? Ey, ich will nicht, dass ich den ganzen Weg wieder zurückgehe. Das wäre jetzt mies, ne. Ich doch nochmal da drüben gucken. Nein. Ach Gott, der hat uns nicht gesehen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, da kann ich hoch. Praktisch. Dann. Ach, da oben muss ich hin, okay. Okay. Ja, dann macht es mal Sinn, dass ich da drüben war. Ja, aber da sind die Haken, ja, 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 ja. Gut. Nein. 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 Oh, oh mein Gott. Wo war der Haken? Da war der Haken. Oh mein Gott, ey. Sticks. Ich bin ein Herzinfarkt mit dir. Schleichen. Wo war der Haken? Hier? Ne. Äh, wie ging das nochmal? Nein. 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 Hoppla. Also. Also. Wir laden nochmal. Ich hab die falsche Taste gedrückt. So. Jetzt aber richtig. An den Käferling vorbei. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse diese Dinger. Geht weg. E-Klick. 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 Man darf nur nicht da stehen bleiben, wo man den Lärm gemacht hat. Bei den Käfern. Dann ist alles gut. Hoch, hoch, hoch. Rüber. Da kann man jetzt ein bisschen lauter sein. Nicht so schlimm. So. Bringt uns das was. Hier ist es sehr hell. Hör. 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 Da drüben. Ja, ich wollte eigentlich den Blick machen. Vorhin. Und bin dann aber auf falsche Taste. Sehen die jetzt meine Hände? Ja, die sehen meine Hände. Hör. 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 Ja, da warten wir jetzt ein bisschen. Muss ich jetzt einfach schnell sein? Gucken die runter? Ja, der hat sich wieder beruhigt jetzt. Rechts geht mal gar nicht. Ah, links geht mal gar nicht. Rechts muss ich wenn. Nein. Vielleicht kann ich den schnell kennen jetzt. Kann ich? Was? Dein Ernst, oder? Dein Ernst? Was? Ja, okay. Nur solange ich mich bewege, oder? Ja, take a closer look. Take care, Ian. So, wie töte ich den jetzt? Gar nicht. Ist niemand. Niemand ist hier. Hey, hey, hey. Hey, eine Münze. Toll. Kommt der da rein? Ich hätte den gern hier drin. Ach nee, der steht eben im Rücken zu mir. Der bewegt sich. Ich dachte, der bleibt da. Niemand ist hier. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, da drüben ist Vogelnest. Da ist bestimmt eine Münze drin. Hundertprozentig, aber... Wie komme ich hier? Muss ich für das Rohr? Kommt auch meistens das Licht aus hier. Kann ich den? Unauffällig. Unauffällig. Töttern. Ich muss mal auf jeden Fall da hoch. Ähm. Nein. Ich wollte nicht zu meinem Klon wechseln. Ich habe die Taste gedrückt gehalten. So, wären wir schon mal hier oben. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Ja, ja, nur noch, ne? Aber eigentlich geht es ja ganz gut. Jump and run. Hier. Tja. Da würde ich jetzt sterben, oder? Nee, nicht mal. Wie komme ich da rüber? Macht es Sinn, wenn ich da nach unten gehe jetzt? Höh. Höh. Nein. Nein. Ah, gut, sie haben mich nicht gefunden, aber... Alter. Guck mal, meine Lebensanzeige. Alter, es war ja. Über knapp. Über mega knapp. Und wie komme ich da hoch? Komme ich überhaupt noch hoch? Wo bin ich hier? Das ist so ein... Geheimer Trollraum, ja? Ach, hier kommen wir hoch. Passt. Passt, passt, passt. Ja, bin ein Ekligen. Geh weg. Ekliger. Mann. Das lief aber mal gar nicht nach Planen, da runterzufallen. Lass noch nicht übermütig werden. Alter. Komm. Er bleibt da auch nie stehen. Nur Gefäle in der Runde. Nur Gefäle. So. Ah. Komm. Nein, nein, habe ich nicht anders verdient. Habe ich nicht anders verdient. Ey, ich bin so raus aus dem Spiel. Es tut mir leid. Ich habe es jetzt eine Woche lang nicht gespielt. So. Neuer Versuch. Wie geht es diesmal? Diesmal gehen wir hier hoch. Ja. Da ist der Ekelkäfer schon wieder. Der Ranzkäfer. Geh weg. Ne, 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 ne. Gut, dass die nicht schreien können oder so. Stell dir vor, die würden schreien jedes Mal, wenn du die... Schreikäfer. Was ist da unten los? Warum sind die alle auf Achtung? Macht eure Arbeit. Seid abgelenkt. Ich muss da rüber. Das andere... Naja, es ist ein netter Versuch gewesen. Aber das glaube ich funktioniert auch so gar nicht. Ich muss... Was muss ich denn? Ich glaube, ich muss den töten, wenn ich an der Wand hänge. Oder? Zwei Armbrustschützen gehen, hat er gewaltig auf die Nerven. Da hinten wäre ein Tunnel. Da habe ich noch Wurfmesser. Könnte man ja schön ausschalten mit einem Wurfmesser. Den da auch. Und dann ist da vorne noch ein Tunnel. Wenn ich schnell bin. Wenn ich ganz schnell bin. Dann kann ich hier rein. Die finden draußen die Leiche. Sind aufgeregt. Schaut einfach den hier auch aus. Und dann nehmen wir gleich mit. Jetzt haben sie die Leiche gefunden. Ja, da geht es zu den Docks. Wollen wir da hin? Ist die Frage. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Der Wort ja irgendwie... Dass wir einen töten für ihn und die Leiche mitnehmen. Aber das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Nee, nee, nee. Komm, wir gehen rein da. Ach, muss ich aufschließen? Alter, das dauert auch noch ewig. Ui, ui, ui. Geh. Geh rein. Ui, ui, ui. Leute. Ja, das war es für die Folge. Habe ich geschwitzt, ja. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschauen. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Oder schreibt einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, den ganzen Quatsch. Das kennt ihr ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.